hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge wo w mit unseren hordejäger ja letzte woche haben wir uns so ein bisschen den schreien freie kämpfer meditiert gegen aas fresser haben wir gekämpft und heute werden wir mal zu den akku da mal reinlaufen mit ihm militieren wir alle sind akku da was haben sie mit euch gemacht da sind sie die beiden was kann ich mal für euch tun ich höre zu ich kann mal ein foto machen so sehr schön das sieht schön aus so ihr da ja hier kommt her aber leise man bleibt unauffällig okay ich weiß nicht von rakieras seite irgendwie sehen die ist das ja so ein bisschen komisch ich weiß noch nicht was ich davon halten soll wenn wir erstmal finde im kummer tal ok ins kummer tal das müsste aber auch die gleiche vorne sein ja da kommen wir haben auch sie so kann ich verfliegen fliegen kann man noch nicht oder nein das hätte ich mitbekommen wenn man schon fliegen könnte so wir müssen hier lang da oben ist er da so ein schatz ja wo ist er denn unten okay das sieht ja schon so ein bisschen strange aus und ich nehme mal mit da hinten dahinten ist er auch hier soll auch ein schatz sein da bin ich was mache ich denn hier das weiß ich nicht dass wir mal gleich raus und das so viel so was hast du denn tötet ein ringer okay sucht nach hinweisen in unerwünschten er sagt verschlingt die schwachen so okay dann werden wir mal in den erinnerungen suchen Jack Razzett ist ein Verräter aber der König braucht Beweise bitte Rackera geht nicht sie werden euch umbringen ich muss Kaya die Pflicht steht über allem okay so achten müssen wir von euch töten alles gut schnell ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe auch gleich da haben wir noch zwei erinnerungen drei und stirbt verzerrte erinnerungen stirbt wollen wir mal die nächste angucken okay okay hier war nichts drin das zählt nicht dann werden wir mal hier in das Gefäß gucken okay wer hat das Wasser vergiftet die Trolle dass die sich alle gegenseitig bekämpfen oder Intrigen spinnen Mann Mann so das sind die nächsten zwei wir werden erst mal im Weg frei kämpfen ich brauche ein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön gucken wir mal hier rein okay ist auch nichts drin das ist zu weit entfernt die großen zählen extra ich habe kein ziel ich brauche ein ziel wo sind die nächsten rohren ach müssen wollte ich gleich anschießen ach komm her dich wollte ich anschießen ich habe kein ziel ich habe schon wieder so einer hier wimmelt es ja richtig vor den erinnerungen deswegen heißt es auch das Tal des Kummers ich brauche ein Ziel jetzt brauchen wir noch zwei von denen tja hier soll irgendwas sein das Kraut hier ist nichts mehr was wir anklicken können ist hier noch was? ne ach kommt der hier so wo und auch vielleicht ein bisschen viele ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel was ist denn hier noch so ein paar von denen oh ey was ist denn hier los das kann das gar nicht sein wenn es die sachen nicht gibt die ich rein sammeln soll zack ich muss zuerst etwas anvisieren jetzt habe ich dich auch angeschossen ich schrei gleich so jetzt essen wir mal kurz was so brauchen können wir hier nichts anklicken weiterhin so und fertig gegessen machen wir gleich mal ein bisschen buff geht es da noch weiter ah hier sind noch welche sehr schön gehen wir gleich mal hier her komm dich mach mal fertig dich auch ich brauche ein Ziel fast die 10k ich habe kein Ziel sehr schön so ist noch den hier dann haben wir es auch geschafft so na kommt jetzt Attacke ich habe hier ja kein muster ständig in diesem tal des kummers rumzulaufen ich brauche ein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren öffnen so dann wissen wir bescheid die ganzen kräuter lasse ich jetzt hier das ist mir jetzt egal folgt mir ruhig niemand verdient dieses schicksal ein ring was bringt ihr mehr gold pass auf euch auf da draußen ich werde mein möglichstes tun um Akundas Geist zu heilen aber ihr müsst alle Erinnerungen in Schach halten wie sich dabei manifestieren könnten natürlich so eine Höhle die vergessene Höhle ja erstmal nehmen wir das Erz ich brauche ein Ziel ich brauche ein Ziel ich habe kein Ziel na komm na komm raus ich muss dir erst etwas anvisieren ich kann Akundas Stimme in meinem Geist hören na komm raus na das glaube ich der letzte mein liebes Kind endlich könnt ihr mich hören in unserem Tempel ist ein Verräter alle sind hier Willkommen klarheit folgt auf den Sturm ok dann töten wir jetzt den Verräter auf geht's wenn wir nochmal mitnehmen dann machen wir uns auf schnell den Verräter töten da hinten ist da haust er der Verräter der das Wasser vergiftet hat die Erinnerung gelöscht hat aber das Erz nimmt man trotzdem mit und weiter geht's ich muss sagen es gibt so viel Erz hier in diesem Land ich muss trotzdem nochmal alles mit irgendwann brauchen wir es ich finde den Tempel dann haben sie diese Tempel finde ich sowieso schön schön gemacht so ist er denn der Verräter nach gar nicht wird dir gleich ist er tot der Verräter endlich frei ich danke euch ich bin der Sturm kein Problem wir helfen immer wieder gern da kommen wir das hier mit lasst euch vom Sturm leiten ok wo ist denn das was wir gerade bekommen haben so was haben wir hier was haben wir hier das so das nächste nehmen wir ja und nochmal das Absorgensschild was haben wir noch sehr schön so Leute aber ich würde sagen wir machen in der nächsten Folge weiter wenn es euch gefallen hat schaltet wieder ein nächste Woche zu einer weiteren Let's Play Folge wo Entschuldigung ah äh Let's Play Folge WoW mit unseren Jäger lasst mir nochmal Feedback oder Kommentare das würde mich freuen wenn es euch gefallen hat auch ein Like oder ein Abo bis dahin sage ich tschüss und bleibt sauber auf Wiedersehen in 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 Vielen Dank.